Was ist Baukultur? Wie können wir Baukultur im Arbeitsalltag umsetzen und was bringt es unseren Kundinnen und Kunden? Unsere EWP Baukultur ist die Zusammenarbeit verschiedenster Disziplinen für ganzheitliche Lösungen. Wir ermutigen unsere Mitarbeitenden, Baukultur immer wieder neu zu denken. Darum organisiert EWP regelmäßig Workshops zu diesem Thema. Planerinnen, Ingenieure und Bauleiterinnen sitzen an einem Tisch und setzen konkret Baukultur um. Anhand realer Projekte arbeiten wir effizient an maßgeschneiderten Lösungen. Von der ersten Idee über die Realisierung bis zur Werterhaltung. Im engen Austausch schaffen wir gegenseitiges Verständnis und Vertrauen. Das spüren auch unsere Kundinnen und Kunden. Durch die starke Zusammenarbeit und unsere große berufliche Diversität entstehen zukunftsweisende Lebensräume. Unsere EWP Baukultur ist wie Pingpong. Zu Gunsten guter Projekte. Dank diesem Workshop haben wir uns besser kennengelernt und konnten so unsere Herangehensweise und unser Wissen unter Kollegen besser austauschen. Unsere Kunden haben mit Baukultur den grossen Vorteil, dass sie von einer Stelle viel Wissen überkommen und Sachen aufgezeigt bekommen, die sie sonst vielleicht gar nicht daran gedacht haben. Ich bin überzeugt, dass wir bei EWP Lösungen entwickeln, die bestmöglich auf unsere Kundenbedürfnisse eingehen und über den gesamten Lebenszyklus hinweg funktionieren, sodass unsere Kinder und Enkelkinder auch noch Freude an unseren Bauprojekten haben.